Was ist ein DNA-Abstrich? Desoxyribonukleinsäure, allgemein bekannt als DNA, ist die Nukleinsäure, die in jedem lebenden Organismus vorkommt und die genetischen Anweisungen für das Leben enthält. Der Mensch hat über 99,9% der gleichen DNA, aber die geringe Menge, die sich unter den Menschen unterscheidet, macht uns einzigartig. Die subtilen Unterschiede im DNA-Profil jeder Person werden auch zur Bestimmung der familiären Beziehungen und der grundlegenden Genealogie verwendet. Um die DNA einer Person zu testen, muss ein DNA-Abstrich zur Untersuchung oder zum Vergleich genommen werden. Ein DNA-Tupfer ist ein einfaches Kratzen, das von der Innenseite der Wange auf einem übergroßen Wattestäbchen genommen wird. Obwohl das Konzept der DNA seit Jahrzehnten Wissenschaftlern bekannt ist, wurde es erst in den 80er Jahren entwickelt, um es zu testen und zu untersuchen. Seitdem sind DNA-Tests die anerkannter Methode zur Feststellung der Vaterschaft, zur Verfolgung genealogischer Wurzeln und sogar zur Verurteilung oder Entlastung von Personen, die eines Verbrechens beschuldigt werden. Der erste Schritt bei der Verwendung von DNA-Tests besteht darin, eine Probe der DNA der Testperson durch Verwendung eines DNA-Abstrichs abzusichern. Ein DNA-Tupfer oder Bukatupfer ist die einfachste und am häufigsten verwendete Methode, um eine Probe der DNA eines Individuums zu erhalten. Es ist schnell, schmerzlos und effizient. Ein langer Tupfer, der einen langen QTB nennt, wird in den Mund eingeführt und dann über die Wange geschabbt. Bei diesem einfachen Prozess wird in den meisten Fällen ausreichend DNA für die Durchführung umfangreicher DNA-Tests gesammelt. Die durch einen DNA-Tupfer erhaltene DNA kann normalerweise für einen längeren Zeitraum gelagert werden, falls zu einem späteren Zeitpunkt zusätzliche Tests durchgeführt werden müssen. Sobald ein DNA-Tupfer erhalten wurde, kann er verwendet werden, um Vergleichstests zum Zwecke der Vaterschaftsfeststellung oder zu Beweiszwecken durchzuführen. Darüber hinaus kann ein DNA-Abstrich für eine allgemeine DNA-Genealogie-Studie verwendet werden, um das Erbe des Individuums zu bestimmen. Es wird allgemein angenommen, dass DNA-Tests extrem genau sind, wenn sie ordnungsgemäß durchgeführt werden. Bei der Feststellung der Vaterschaft wird dem Kind und dem mutmaßlichen oder angeblichen Vater ein DNA-Tupfer entnommen und dann miteinander verglichen. Die meisten Gerichte in den USA betrachten einen positiven DNA-Test als ausreichenden Beweis, um die Vaterschaft eines Kindes rechtmäßig festzustellen. DNA-Tests werden auch verwendet, um potenzielle Verdächtige in einem Verbrechen auszuschließen oder einen Angeklagten vor Gericht zu stellen. In den letzten Jahren wurden DNA-Tests auch verwendet, um verurteilte Kriminelle zu entlasten, die zu Unrecht verurteilt wurden, indem die zum Zeitpunkt der Verurteilung nicht verfügbare aktuelle DNA-Technologie verwendet wurde. Menschen können auch ein freiwilliges DNA-Profil anfordern, das eine individuelle Information darüber enthält, wie viel Prozent ihres Erbes zum Beispiel kaukasischer, afrikanischer, hispanischer oder asiatischer Abstammung sind.